Nachdem wir unser Revit-Datei jetzt für die Zusammenarbeit in Arbeitsbereiche eingeteilt haben und diese als Zentralmodell bereitgestellt haben, können nun beide User, hier in diesem Video jetzt links und rechts dargestellt, auf das Projekt zugreifen. Darüber kann man, wenn man eingeloggt ist mit einem lizenzierten Account, falls das nicht klappt, einfach nochmal abmelden und wieder anmelden. Hier links in diesem Bereich jeweils dieses blaue B sehen und das steht eben für Autodesk BIM 360 und hier können wir in der Ordnerstruktur navigieren, die wir anfangs schon gesehen haben in dem Document Management in der Web-Oberfläche. Das heißt, wir können jetzt hier mit beiden Nutzern uns hier durchnavigieren, die Projektdateien, in meinem Fall Demo-Architekt und jetzt liegt hier das Beispielprojekt. Und das möchte ich jetzt in der jeweiligen Rolle der verschiedenen Benutzer einmal öffnen. Nun ist das Projekt auf beiden Rechnern fertig geladen und jetzt können wir beginnen, gemeinsam in diesem Modell zu arbeiten. Bevor wir das tun, sollten wir aber vorher festlegen, in welchem Arbeitsbereich die jeweilige Partei arbeitet. Der Benutzer im linken Teil möchte jetzt zum Beispiel das Haus 1 bearbeiten. Um das zu tun, gehe ich hier oben also auf Bearbeitungsbereiche und kann jetzt hier meinen Bearbeitungsbereich festlegen. sage ich, mit diesem Account hier oben möchte jetzt an Haus 1 arbeiten, sage ja und schon sehe ich, dass ich Eigentümer bin. Beim Klick auf OK wird das Ganze dann festgesetzt. Ab jetzt ist es so, dass niemand anders mehr in meinen Bearbeitungsbereich eindringen kann. Geht jetzt zum Beispiel der Benutzer, der hier auf der rechten Seite dargestellt ist, an dieselbe Stelle, also möchte irgendwas an diesem Haus hier ändern, zum Beispiel dieses Fenster löschen, dann wird er schnell merken, dass das Ganze nicht funktioniert, weil ich den eben reserviert habe, mit dem Benutzer auf der linken Seite. Ich kann aber eine Berechtigung anfordern. Dann bekomme ich hier eine Meldung, dass das Ganze abgesendet wurde und auf der linken Seite sollte gleich eine Meldung auftauchen, dass eben ein Nutzer Berechtigung anfragt. Auf der linken Seite sehen wir, dass mit ein wenig Verzögerung hier eine Bearbeitungsanfrage eingegangen ist und die kommt eben von dem Nutzer auf der rechten Seite. Ich kann mir hier also anzeigen lassen, um welches Objekt oder um welchen Bereich es sich handelt. In dem Fall war es ja das Fenster, was wir löschen wollten. Und jetzt kann der Nutzer auf der linken Seite das Ganze hier gewähren. Und schon sollte auf der rechten Seite zu sehen sein, dass auch wieder mit Verzögerung der Dialog aktualisiert wird. Ich sehe, dass hier eine Anfrage gewährt wurde. Ich kann das Ganze schließen und sehe auch direkt, dass das Fenster jetzt hier verschwunden ist. Man sieht schon, dass das Ganze jetzt auf der rechten Seite verschwunden ist und auf der linken ist das noch da. Das liegt daran, dass die Geometrien oder die Bauteile, die geändert werden, nie in Echtzeit synchronisiert werden, da das eventuell sehr große Datenmengen sein können. Was aber immer zeitlich synchron ist, ist der Bearbeitungsbereich. Das heißt, wenn ich mir hier einen Bearbeitungsbereich reserviere, dann wird das auf dem Rechner von meinem Mitarbeiter sofort sichtbar. Dafür muss ich nicht synchronisieren. Wenn ich aber jetzt die Änderung an diesem Fenster, die vorgenommen wurde, sehen möchte und das weiß ich ja auch, weil das eben schon geleuchtet hat, also kann ich davon ausgehen, dass mein Kollege da irgendwas dran geändert hat, dann kann ich mir diese Änderung eben laden. Wenn ich hier jetzt aber draufklicke, wird erstmal nichts passieren. Weil zuerst der Nutzer auf der rechten Seite das Ganze an das Zentralmodell weitergeben muss. Das heißt, erst wenn der Kollege seine Änderung hochgeladen hat, kann ich die logischerweise hier auf der linken Seite runterladen. Das heißt, wenn mein Kollege jetzt hier mal auf mit Zentraldatei synchronisieren klickt, dann wird das ganze Modell hochgeladen. Mit einem Klick auf OK wird das bestätigt. Wir sehen hier den Upload-Fortschritt. Wir sehen außerdem die Datenmenge, die hochgeladen wird. Dann wird nochmal eine lokale Kopie gespeichert. Und jetzt ist das lokale Modell und das Cloud-Modell auf dem Rechner auf der rechten Seite synchron. Wir auf der linken Seite müssen jetzt aber auch nochmal synchronisieren. Wir können jetzt entweder auch mit der Zentraldatei synchronisieren. Dann laden wir unser Modell oder unsere Änderungen, die wir eigentlich ja noch nicht gemacht haben, hoch und laden Änderungen aus dem Zentralmodell runter. In diesem Fall genügt es aber, wenn wir einfach sagen, letzte neu laden. Dann werden nur die Änderungen aus dem Cloud-Modell heruntergeladen und uns dann hier entsprechend angezeigt. Und dann sollte auch das Fenster verschwunden sein. Das muss man natürlich nicht bei jeder kleinen Änderung machen, sondern ein Mitarbeiter kann auch ganz viele Änderungen auf einmal machen und dann erst synchronisieren. Und dann würden hier auf der linken Seite schlagartig ganz viele Änderungen auftauchen. Aber wir sehen jetzt, dass das Fenster verschwunden ist und jetzt ist das auf beiden Seiten synchron. Und wir sehen auch, dass ich wieder hier nur noch Eigentümer bin. Ich möchte an dieser Stelle nochmal demonstrieren, was passiert, wenn ich so eine Anfrage stelle. Das heißt, ich lösche jetzt hier als Nutzer auf der rechten Seite nochmal ein anderes Fenster. Dann wird wieder eine Berechtigung angefordert, wenn ich das hier wünsche. Und dann kommt auch wieder ein Pop-up auf der linken Seite. Kleiner Tipp, sollte ich dieses Pop-up aus Versehen mal wegklicken oder sollte das aus irgendeinem Grund nicht auftauchen. So kann ich hier oben jederzeit über Bearbeitungsanforderungen die letzten Anfragen einsehen und mir auch nochmal genau anzeigen lassen, um welches Objekt es sich handelt. Und das Ganze dann auch natürlich erlauben. Jetzt habe ich also das Ganze erlaubt. Und wenn ich jetzt nochmal auf den Bearbeitungsbereich gehe, sehe ich hier, dass ich das Ganze jetzt hier noch als Entleiher drin stehen habe. Und zwar ist der Entleiher eben der Rechner, der hier auf der rechten Seite dargestellt ist. Und sobald die Änderung vollzogen wurde, verschwindet der hier wieder. Deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach noch ein zweites Mal vorgemacht. Ich klicke jetzt aber auf Abbrechen. Möchte jetzt hier auch gar nichts dran ändern eigentlich. Das heißt, ich mache das wieder rückgängig. Und wenn ich hier mal in die Bearbeitungsbereiche gehe, dann kann ich hier auch einfach sagen, nicht bearbeitbar. Und dann verschwindet hier der Rechner auf der rechten Seite als Entleiher wieder. Und wenn ich das jetzt einfach mal synchronisiere, dann sehen wir auch schon bevor der rechts fertig ist, dass hier der Entleiher schon wieder verschwunden ist. Also das passiert in Echtzeit. Ich habe das jetzt nur noch mal synchronisiert zur Sicherheit, damit das Fenster jetzt hier nicht gelöscht wird, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Zukunft irgendwann noch mal auf Letzte neu laden klicke. So, jetzt möchte natürlich der Nutzer auf der rechten Seite auch irgendwo dran arbeiten. Und das funktioniert genauso wie eben mit dem Haus 1. Das heißt, der Benutzer hier möchte jetzt gerne Haus 2 bearbeiten, sagt hier Bearbeitbar Ja. Ich öffne hier mal kurz die Bearbeitungsbereiche, sehe das noch nicht, weil ich hier noch nicht bestätigt habe. Aber sobald ich hier auf OK klicke und das Ganze mit Ja bestätige, werde ich das nächste Mal, wenn ich hier reingehe, sehen, dass Haus 2 jetzt von dem Nutzer auf der rechten Seite bearbeitet wird. Und so könnte man jetzt parallel arbeiten und zwischendurch immer mal wieder die Änderungen synchronisieren, um zu sehen, was der Kollege hier auf der rechten Seite gemacht hat. Und noch mal zur Erinnerung, man kann hier natürlich auch die Bearbeitungsbereiche, die inaktiv sind, grau anzeigen lassen. So weiß ich, ich arbeite gerade nur hier. Und für alles andere brauche ich im Zweifel eventuell eine Berechtigung, weil da jemand anders dran arbeitet. Ich kann mir natürlich auch mehrere Bereiche reservieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel Haus 1 und diesen Anbau hier bearbeiten, während der Kollege Haus 2 und den Zwischenbau bearbeitet. Gleiches Verfahren. Ich kann dann hier auch wieder sagen, Anbau, bearbeitbar Ja. OK. Bestätige das Ganze einmal mit Ja. Und jetzt gehören mir beide Bereiche. Das heißt, wenn jetzt hier der Nutzer 2 an dem Anbau etwas machen möchte, würde hier auch wieder eine Anfrage eingehen. Als Nutzer auf der rechten Seite reserviere ich mir dann jetzt also noch den Mittelbau, den Zwischenbau, wähle Ja, klicke OK. Aktiviere das. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel einen Fehler und den möchte ich beheben. Und zwar sind diese Wände hier zu kurz. Also möchte ich die hier oben an diesem Dach mal fixieren. Die Änderung vollzogen. Und wenn ich das jetzt mal synchronisiere und OK klicke, dann wird das Ganze auch wieder hochgeladen. Und wenn ich dann hier die letzten neu lade, dann sollte ich diese Änderung hier sehen. Und schon sehen wir, dass der Turm jetzt die richtige Höhe hat. Theoretisch könnte man auch komplett ohne Bearbeitungsbereiche arbeiten. Jedoch ist dann das Störende, dass man im Laufe des Arbeitsprozesses mal hier und mal da ein Bauteil anklickt und verändert. Und sobald man das tut, ist dieses Bauteil reserviert und man muss sich ständig Berechtigungsanforderungen schicken. Und das kann ziemlich nervig sein und vor allem zeitraubend, wenn man bedenkt, dass man immer erst auf diese Meldung warten muss, dann wieder auf Gewehren klickt und das für jedes Bauteil passiert. Deswegen macht es wirklich Sinn, sich diese Bereiche einmal am Anfang einzuteilen und dann sollte das Geschichte sein. Ganz wichtig, wenn ihr so ein Projekt verlasst, ist es, dass ihr vielleicht nochmal euren Zwischenstand synchronisiert, damit eure Mitarbeiter, die vielleicht länger noch an dem Projekt arbeiten, wenn ihr irgendwie früher Feierabend macht, eure Änderungen erstens haben und zweitens ist es dann noch wichtig, das Ganze auch freizugeben. Das heißt, wenn ihr euer Projekt schließt und möchtet, dass andere Menschen daran arbeiten können, dann müsst ihr eure Bearbeitungsbereiche wieder freigeben. Dazu müsst ihr jetzt nicht hier drauf gehen und alle eure Bereiche wieder freischalten, sondern es reicht, wenn man einmal hier auf Alle freigeben klickt. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ich einmal vorher mein Projekt speichere. Das kommt hier auch als Meldung. Hier steht, dass ich das Ganze noch einmal mit dem Zentralmodell synchronisieren muss. Und da auch noch ein Hinweis, wenn ihr am Ende des Arbeitstages seid und zum letzten Mal synchronisiert, dann empfiehlt es sich hier, diesen Haken zu setzen, um das Zentralmodell zu komprimieren. Dann werden einfach nicht mehr so große Datenmengen durchs Netz geschickt und das Modell wird eben kompakt gehalten. Dann dauert das Ganze zwar etwas länger, aber auf Dauer lohnt es sich. Also haltet eure Datei immer schlank und löscht auch Familien, die ihr nicht nutzt, damit eure Zentraldatei nicht zu riesig wird. Sobald das Ganze synchronisiert ist, kann ich jetzt hier auf alle eigenen Freigeben klicken und jetzt kann ich sicher sein, auch wenn ich hier nochmal draufgehe, dass ich meine Bereiche, nämlich Haus 1 und den Anbau, freigegeben habe. Und hier sehe ich jetzt, dass der Kollege noch drin ist in der Datei und arbeitet und dann mache ich jetzt hier auf der linken Seite mal Feierabend. Und hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt, dass der Nutzer von der linken Bildschirmhälfte nichts mehr reserviert hat und das bedeutet, dass ich jetzt hier auch beliebig Bauteile verändern kann, ohne Anfragen stellen zu müssen. Und auch der Nutzer auf der rechten Bildschirmhälfte macht natürlich das Gleiche, bevor er geht, er synchronisiert nochmal die Zentraldatei, er komprimiert das Ganze und dann geben wir hier einmal alle eigenen frei, zur Sicherheit einfach und schließen das Ganze. Wenn wir noch nicht lokal gespeichert haben, werden wir manchmal noch gefragt, ob wir das nochmal machen wollen und da empfiehlt es sich eigentlich immer eine lokale Kopie von dem letzten Stand auch nochmal abzuspeichern. dann muss man beim nächsten Mal, wenn man wieder aufs Zentralmodell zugreift, nicht allzu viele Daten runterladen und das Modell ist dann einfach synchron. Bei den Bearbeitungsbereichen ist es noch wichtig zu wissen, dass ihr natürlich nicht jedes Objekt, was ihr platziert, dann im Nachhinein dem jeweiligen Bearbeitungsbereich zuordnen müsst. Es ist so, dass immer der hier unten ausgewählte Bearbeitungsbereich der ist, der einem platzierten Bauteil zugeordnet wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier eine Wand ergänze, dann hat diese Wand automatisch in den ID-Daten den Bearbeitungsbereich Haus 1. Achtet also darauf, dass ihr die Bearbeitungsbereiche sauber trennt. Wenn wir jetzt also zum Beispiel in diesen Zwischenbau übergehen, dann sollten wir jetzt nicht einfach weiterzeichnen, sondern wirklich hier unten sagen, wir gehen jetzt in den Zwischenbau und zeichnen hier weiter.